Die Fahrt von Köln nach Düsseldorf brachte uns überhaupt nicht das Gefühl, dass wir uns sofort von einer Sekunde auf die anderen übergeben wollen. Nein, wir hatten unseren Spaß. Wir haben es verlaufen, verlaufen, das kann doch nicht wahr sein, verlaufen. Nach 100.000 Kilometer Wanderung haben wir es dann letzten Endes doch noch geschafft, auf den roten Teppich, im Webvideopreis 2016, irgendwo in Düsseldorf, in einem Ort namens Castello. Ja, wir haben es geschafft, wir waren dann da. Diese Menge dieses Sexiness, wir waren Götter. Ich hab die bezahlt. Nach einer Weile ein bisschen Rumirren und ein paar Spaßfotos mit Darth Vader. Oh mein Gott, ein kleines bisschen Bier getrunken und schon ein bisschen angeschwipst. Das ist irgendwie nett. Sitz noch alles? Alles sitzt bei uns. Selbstverständlich waren wir, die Stars, die VIPs, die Götter, überhaupt. Oh mein Gott. So standen wir endlich vor dem Eingang Richtung Gala. Yeah, der ultimativen Show von Webvideopreis 2016. Wir konnten es kaum erwarten. Wir waren ganz vorne. Wir haben ganz viel Spaß gehabt. Und, uh, seht ihr da, ein LeFloid lief an uns vorbei. Und dann kam die ultimative Party für mich. Yeah, schicke Baby. Hannelore Kraft. Und dann, es war endlich soweit. Wir konnten rein und wir konnten es kaum fassen. Von blau überfluteten Lichtern. Oh mein Gott, wir fühlten uns wie in einem Ozean voller Awesomeness. Um die Wartezeit ein kleines bisschen zu überbrücken. Nochmal ein kleines, lustiges Selfie. Yeah. Während die ganzen anderen Menschen ein kleines bisschen alkoholisiert irgendwie zu ihren Plätzen finden. Und wir immer noch ein bisschen warten müssen. Tun wir ein kleines bisschen Let's Playen auf dem Webvideopreis. Yeah. Mal sehen, ob ich heute den Rekord breche. Na, das wäre mal sehr, sehr interessant, oder? Ja, das ist super. Ich bin nicht ganz toll und von der drüben aus Nut. Und das war die dritte Reihe. Nun gut. Die Show war sehr interessant. Es gab sehr viele coole Sachen. Die Gewinner waren nett. Alles war gut. Alles war ein bisschen zu lang. Die Rocket Beans waren okay. Okay, besser als okay. Die waren super. Okay, die waren besser als super. Die waren awesome, wie immer. Oh mein Gott. Ja, die sind gut. Ich gebe es zu. Sie waren super. Ich gebe alle 15 Daumen, die ich habe, hoch. Und dann endlich nach 14 Stunden Webvideopreis und Alkopops. Bum, chicka, bau, wau. Sogar Eis, das nach Wodka schmeckte. Wir hatten definitiv unseren Spaß. Webvideopreis 2016 war super. Gebt deinen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Einen wunderschönen guten Abend. Nach Problem. Nach Problem.